So, jetzt werde ich Ihnen simulieren eine Hornhautverkrümmung bzw. Astigmatismus. So, wir nehmen zuerst zwei Dioptrien und Sie sehen, dass auch etwas verschwommen ist, bzw. wenn wir die Achse des Astigmatismus verändern, Sie sehen, das Bild wird mal breiter, mal länger und natürlich, das hängt alles davon ab, in welcher Achse Sie diese Hornhautverkrümmung haben. Das sind jetzt zwei Dioptrien. Wenn wir jetzt das mit einer Hornhautverkrümmung von vier Dioptrien vergleichen, Sie sehen, das ist noch extremer, das heißt, Sie sehen, ich drehe jetzt die Achse der Hornhautverkrümmung und alles, es gibt Patienten, die sehen eben etwas breiter und es gibt Patienten, die sehen etwas, wo die Buchstaben etwas länger sind. Das hängt alles von der Achse der Hornhautverkrümmung ab. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn ein Patient zum Beispiel thorische Linsen trägt und die Linse verschiebt sich ein bisschen, dann erlebt der Patient quasi kleine Veränderungen vom Bild und das kann natürlich auch etwas unangenehmer sein. Und nach einer chirurgischen Sehfehlerkorrektur entfällt dieser Effekt. Ich lade Sie herzlichst ein, den Selbsttest auf unserer Webseite durchzuführen. Durch diesen Test können wir grob einschätzen, ob Sie für eine Augenleseroperation geeignet sind. Eventuell könnten wir schon Ihnen näher die Methoden vorstellen. Der nächste Schritt nach dem Test wäre eine volle augenärztliche Untersuchung, wo wir alle anatomischen Parameter bestimmen könnten und dadurch könnten wir Sie auch für die Operation richtig vorbereiten. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!